willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft nachdem jetzt ein kleines laber problem wieder haben gehen wir erst mal wieder gucken ob wir hier nicht eine höhle erkunden können das war das hat nur soweit das war durch hier hier haben wir noch kohle kommen später auch noch kreien so jetzt muss ich ein bisschen darauf achten ich glaube hier waren erst mal war das hinzugang da haben wir auch noch was ausgebaut so da sind wir auch schon wieder bei der nächsten station ich glaube hier in der nähe war sogar schon der erste können sogar sein dass wir das in den letzten display schon gefunden hatten da oben muss das sein dass auf jeden fall eine kiste mit öfen wo sie der zugang da oder was hier ist auf jeden fall einer den sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen besser markieren und den anderen hier hoch ich bin es gar nicht für wie ich da oben hochgekommen bin hey wo war es ja da ein schwert hätten wir uns auch noch basteln sollen das machen wir auch noch wir haben das dinge in der nähe so dann baut gleich ein paar stecker für fackeln noch alles gut eine blume hier unten ach du ach du scheiße noch inner ich verkrieche mich erst mal gull 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 Scherze! Fick dich! Ja, wir sehen gut aus. Ach du Jot! Da unten waren wir scheinbar schon. Ist nicht euer Ernst, ey. Okay. Kommt der jetzt von da hinten? Das wär's ja. Bevor wir da weiterlatschen, geh ich nochmal hier in die andere Richtung. Ja, die ganze Welt ist ja durchzogen von Minen, oder wat? Ja, das war's ja. 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 So. Dann haben wir auch noch ein bisschen Eisen. Das werden wir auch noch dringend brauchen, wenn wir hier weiter Gleise setzen wollen. Ich finde das schon wieder so krass, dass wir wieder eine Mini gefunden haben. Aber ich wundere mich, dass wir da unten auch noch Fackeln hatten. Und... Achso, die haben wir vorhin gesetzt. Ach, mehr haben wir gar nicht. Scheiße, wir brauchen Kohle. Wir brauchen dringend Kohle. Da liegt was in der Ferne. Und wir sind hier noch sehr, sehr weit von der anderen Mine, die wir auch hier... beim Tunnelgebobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Hallo. Aber das ist ja noch eine Truhe. Ist doch schon wieder krass, ey. Das ist dicht, das finde ich schon mal schön. Ich glaube, wir machen das am besten genauso wie bei der anderen Mine. Wir leeren die Gänge und dann mauren wir die zu. Dann wissen wir, da waren wir schon mal. Sonst wird es hier wieder zu kompliziert. So. Toll, toll. Ja, schön. Ich würde mir gerne Kekse finden. Oder Kakaobohnen. Spinnen. Ich liebe dieses Geräusch. Das ist bestimmt der Sparner. Brote, hey, Eisen, Kürbiskerne. Oh ja, das hört sich sehr stark nach Spinn-Spawn an. Und ich will nicht nachgucken gehen. Weil wenn es die kleinen sind, wovon ich sehr stark ausgehe, kommen die durch diese scheiß einzelgroßen Löcher auch durch. Und da habe ich keine Lust drauf. Und da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich keine Lust drauf gemacht. Und da habe ich keine Lust auf dem Geräusch. Ich höre mal auf den Geräusch. Und da habe ich keine Lust aufgefunden. Zum Beispiel, wenn ich es mit zwei SchMeter mache. Irgendwanns. Irgendwanns. So, dann haben wir die Ecke auch durch, die hatten wir eh durch, da war auch, da war nicht zu. Alter, ich bitte, darfst du Spinspawner. So, dann haben wir die Ecke auch durch. Lück mich. So, dann haben wir die Ecke auch durch. Ich hab irgendwie drauf gewartet. Na gut, Folgenpause, Spitze bedanke mich. Bis dann.